Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal mit einem weiteren Fortnite-Quiz-Duell mit Standard-Skills. Ich dachte mal, heute Lofti kriegst du die Revanche. Danke. Ich hoffe, du hast trainiert. Ah, nein. Okay, Lofti hat trainiert, Leute. Ich bin gespannt, Leute. Wir spielen heute wieder Fortnite-Quiz und ich würde sagen, nicht lang rumgeschnackt, direkt rein hier. Und zwar, wir fangen wieder an. Wir müssen Augen erraten. Bist du bereit? Eins, zwei, Abfahrt. Bereit. B. E. Du wirst sogar recht haben, glaube ich. Ich würde auch E sagen. Ja, stark. Nicht schlecht. Also da habe ich jetzt echt ein bisschen länger gerade gebraucht. GG. Okay, so soll es sein. B. Nein. Oh Gott. Doch B. Äh. Ähm. F. Hä? A. C. Lol. Heute ist richtig schwierig. Hä? Lol. Das habe ich gar nicht auf dem Schwimmen gehabt. A. G. G. Sorry, G. Nein. G. Okay, okay. Ich muss jetzt ernst machen, glaube ich. Ich muss jetzt echt ernst machen. Nicht mal eine Flamme hier. Ja, ich dachte gerade, ich mache kurz noch mal auch nebenbei hier Quiz mit. Mh, mh, mh. Heute nicht. Mh, round two. Round two. Okay, jetzt müssen wir das Backblink finden. F. Oh, das ist schwierig. Das ist, ähm, D. Das ist nicht einfach. Das ist der Stahlside Skin. Der ist sehr, sehr selten. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ah, das hier hole ich wieder die Punkte, Freunde. Das schmeckt. D. B oder F? Ich sage F. Ich sage F. Ja. Wichtig. Das ist schwierig, weil der Mann hat, glaube ich, ein ähnliches. B. B. Scheiße. Ja. Ah, der Sauerstofftank für Dr. Leviathan. Easy clap. G. D. 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 D, Leute. D, nicht G. Keine Ahnung. D. 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 D ist von dieser Highlanderin gewesen. D. 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 Rave niemals. Das ist D, das ist dieser Hai. Ich habe doch D gesagt. Aber ich habe zuerst gesagt. Schade Marmelade. Das ist der Hai-Typie. Oh, ah, das, oh, ah. Nee, C, C, C. C. Ähm. Nee, das ist B. Das ist B. Ja. Aber war, ich muss mich jetzt ehrlich sagen. War ich offen oder warum weißt du das immer so? Nee, das ist echt maximal schwierig jetzt. Auch für mich. Also, ich bin da echt gut am Bass B. B, 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 B. Ganz klar, das ist hier Helden-Skin. Das ist hier Helden. Aber das ist meiner Meinung nach schon fast Königsdisziplin hier. Ja. Ja, kenne ich noch nicht mal. Dann ist es noch Englisch. Wir müssen übersetzen auf Deutsch. Holy moly. Ach so, Tänz. Äh. Das ist dieser Hai-Wai-Tanz. Ich weiß, wie er heißt. Keine Ahnung. Das ist Tänze. Freunde, kennt ihr die Tänze? Das ist... Nein, ey! Ey! Schade, Luft. Schade, Lufti. Schade. Ähm... Was macht der? Ach... Wie würdest du das beschreiben? Ich sag dir nichts mehr. D. D. Ich sag B. Ich weiß aber auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich sag B. D wie Dora. Buh! Die Punkte kommen rein. Nichts, aber auch gerade, ne? Ah, okay. Ah, den... Ah, den weiß... Ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wer das ist. D. C. Ganz klar C. Du bist Hammer. Du bist Hammer, heißt der auf Deutsch. You're awesome. C. 100%. So, Leute. Wieder geht's weiter. Hier nächstes Quiz. I. I. I ist der Skull Trooper. Oh... Oh... I... I... Das ist der Bandit. Ah, da... Du bist manchmal ein bisschen zu... Ha! Ha! Was? Du hast F gesagt, ne? Ja, ja. H ist wegen der Narbe an der Seite. Das siehst du so. John Wick-Narbe. Ha, Lufti. Manchmal nicht zu schnell schießen. Nicht zu schnell schießen. Kenn ich gar nicht. Oh, der ist selten. Das ist C. I. Das ist C. Aber ein sehr, sehr seltener... Nee, das ist wirklich I. Nein, das ist I, ne? Nee, das ist C, wollte ich da sagen. Ah, du hast dich korrigiert. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich hab C gesagt, aber ich hab gesagt, das ist vielleicht I. Weil du mich irritiert hast. I wie irritieren. Crackshot, Crackshot. C, C. Ja. Nordi, werte das so, wie du willst. Aber ich war Erster gewesen. Wir haben die ganze Zeit Buchstaben gesagt. Ja, okay. Okay, dann läuft die Erster. Gut. Ja, den einen Punkt können wir abgeben. Das lügt nicht. Raven, Raven. P. Ey, ich sag jetzt nicht mehr. Ich sag dir jetzt nicht mehr vor. Ist okay. Okay, wenn du das so haben willst, dann keine Kommunikation mehr. Nur noch straight, hard, die Skins sagen. So ist es, Leute. Ja, hier hört das Zittern in der Stimme, Jungs. Da hört man gar nichts. Na, welcher ist es, hä? Ah, bam, zerstört, der Wukong. Wusstest du, würdest du raten, oder weißt du auch, wer das ist? Keine Ahnung. Wirst du auch nicht, okay. Ich bestimmt noch nicht mal. Na, ich hab den schon mal gesehen, aber den Namen niemals. Ja, war auch nicht so oft im Shop, muss man sagen. Oh, das ist... Ja, genau. Mach mal alles kaputt. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Ach, ja. GG, okay. Ich weiß gar nicht. Ich hörte es echt ein bisschen ausgeglichen, ne? Ah, den kennst du nicht, ne? C. Willst du mich veräppeln? Ich denk, du kennst den nicht. C. Hä? Ja, okay, Leute. Lauf die Treuheit wieder. Danke dafür. Hä? Hä? Scheiße. Hä? Stimmt. Ey, nein. Oh, Waffen. C. Nee. B. B. Ich sag C. C oder D. Ja. Wichtiger Punkt, Leute. Heute ist es echt hier ein bisschen... Hab ich noch nie gesehen. Ja, die war mal in-game. Die haben sie rausgenommen. Das ist nur für die OGs. Ah, der ist einfach. Der ist einfach. Ich weiß welcher. Na, weißt du welcher? Ja, das ist der Zombie oder so. Ich sag nicht, wie er heißt. D, D. Ja, stimmt sogar, Leute. D ist richtig. Schade. Reanimated. Ja, stimmt. Auferweckt heißt er auf Deutsch, glaube ich. Oha. Oh, oh, oh. Das ist der Twitch Prime-Tanz, glaube ich. Das ist der, der sehr, sehr selten. Ich muss gucken, Leute. B. B. Ich hab zuerst gesagt. Schade. Hä, aber woher weißt du das? Hab ich gefreestyled. Ey, das gibt's doch nicht. Sag mich ganz ehrlich. Aber ich war Erster. Aha. Das kann ich mir nur ausdenken. Ich hab den noch nicht gesehen. Den kenn ich auch. Ich bin mir aber grad... Ah. C. Keine Ahnung. Squad Kick würde Sinn machen, ne? Diese Zeitung. Ich glaub A. Ich glaub A war's gewesen. Aber ich kenn's auch nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht auf Deutsch. Ich hab auch geraten. Ja, Leute. Wenn ihr fünf richtig habt, lasst ein Like da. Und natürlich nicht. Aber oha. Das war's gewesen. Wir sind durch. Ja. Wir sind durch, Leute. Schreibt eure Punktzahl. Wenn ihr noch weitere sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Checkt auch Stannis Link ab unten in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Warte. Checkt. Leute, schreibt eure Punktzahl. Eure Punktzahl noch unten in die Kommentare rein. Ganz wichtig. Lass ein Abo da. Wenn ihr mehr Punkte habt wie ich oder Lofti, dann seid ihr nämlich wirkliche Fortnite-OGs. Auf jeden. Das war's gewesen. Tschö mit... Mit Ö. Ö. Tschö, tschau. Tschö, tschau. Tschö, tschau.